Ich geh mal ein bisschen weg. Boah! Ich bin in die Wand gespürt. Ich hau. No! Ich bin weg. Ey, maaaannn! Mann! Ich fuhre nicht an und gegen die Wand. Sollte, du bist weg. Ich muss schaffen, ich muss schaffen, weil das ist ja scheiße. Ficken! Nein! Jeff, du bist alleine! Ja, aber er hat noch viel Leben, weil er süchtig ist und ist alles auswählen. Wie ewig geht denn das? Genau so hast du dich gesehen. Oh, Idiote, Alter! Der Sackzimpfelmann lebt. Wie lange so ein Teil sein kann, so ein Tunnel. Jetzt kassiert er. Oder? Kassiert er, kassiert er? Ich muss nicht ganz alleine spielen, Leute. Nein! Ha! Ah, jetzt ist er auch blöd! Ich kann nicht nur auf solchen Tieren hier und so reiten. Ich will den Hai! Ich will den Hai! Da will ich das Reh. Wieso bin ich jetzt auf dem Holzding? Nein! 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 Ich bin auf dem Hai! Ich bin noch gar nicht, Leute! Was soll ich? Okay! Komm den Hai will ich auch! WTF, der Hai schlägt mich runter! Du trägst halt! Ja! So schwer! Hallo, ich will schlagen! Ah ja, ich kann nicht atmen! Ah ja, doch, man kann atmen! Ficken! Da kassierst du den dummen Fisch, ja? Ja! Aber weil die Steuerung irgendwie schlecht ist und unpräzise, schaffst du es nicht! Wow! Oh, jetzt hab ich sie auf! Scheiß Holzreifen! Ist das immer Fisch geklaut? Ich hab da Fisch geklaut! Komm mal von so viel runter! Doch, wenn du gegen den Stein oder so stopfst! Ja, bitte! Hallo, dummer Fisch, Alter! Auf die Leiche! Ich hab deine Mutter geklaut! Was? Die Leiche kommt auch, ja! Leiche! Die Fledermäuse! Es ist halt so wie in Dead Space! Die Fledermäuse gehen da nicht ran! Oder musst du wie verrückt auf den Knopf! Spoiler Spoiler! Alter, komm, als wisst es keiner! Nee, kann sein, dass es sie nicht! Aber vergiss es einfach! Fischfotze, Alter! Alter, mein Tier ist so unglaublich toll! Ich will den Vogel schicken! Was soll das, Alter? Scheiß heil! Was soll der Kack? Juuuuh! Ey, geil! Viel auf dem Stück Holz! Geht's! E-je Ficker Fische, Mann! Oh die Witze, Alter! Ist voll Kacke! Und jetzt wird mein... Was? Das ist die Katze, genau! Muss man hochspringen, um die zu schlagen? Ja, ne, glaub nicht. Der schießt jetzt nur mit der Katone, glaub ich. LOL, ich hab keinen Teil! Sag nicht LOL! Heee, ein kleiner Bär! Oh, ich bin durch die Katze! Der spuckt jetzt so einen Ball, den muss man mit der Katone schlagen. Das finde ich auch nicht schuldig. Die schießen in der Katone. Aber verfehle! Ey, du blöde Katze! Ich weiß, wo dein Klo steht. Das ist für die Saugen, wo die Lege kommt. Also ich bräuchte mal wieder Leben. Ruhi! 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 Hat mir hier unendlich Continuums irgendwie... Ja, ja. Okay, nehm ich jetzt schon. Ey, aber weißt du schon, was ich hier sehe? Ich weiß nicht. Jetzt siehst du da dann die Punkte, die da angezeigt werden. Aber du weißt ja nicht, ob es deine ist oder die vom Partner. Fliegt das Teil, oder? Alter, du dumme Katze, ey! Ah, mich erwischt sie noch! Fledermos Katze! Fledermos Katze mit Highflow Saber! Das ist ne Fischkatze! Ich bin tot! Was? Ich bin tot! Ah, fang, fang, fang! Ich bin tot! Halt euch! Ich bin down gleich. Ich hab nichts mehr zum Hallen. Drenks Katze! Ausweichen! Die Katzen sind undankbare Tiere. Sie kommen nur zu dir, weil sie hier essen wollen und sowas. Oh! Tja, was soll das halt wegen dir sterb ich gleich? Ja, ja, ja. Ich dachte, ich komme jetzt in den Scheißblatt. Oh, Mann! Bin ich tot? Ich bin tot. Nein, Martin ist noch da. Aber Martin ist schlecht. Ich hab aber kein Leben. Der König steht die ganze Zeit da und macht da, 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 da. Ja, das ist ne Schwert. Er hat kaum Leben. Heftig. Steht der König in meinem Schild da. Mach die, äh, Y an und Y an. Und sieht mal wie viel Leben die Katze hat. Ja, schon zieht die mir gar nicht. Wenig. Schon deine Waffe ist einfach scheiße. Machen sie gleich. Nee. Nee, der Hammer war stärker, aber langsam. Mach mal die Powertucker, mach mal deine Skill. Zauber. Ja. Haha. Du schießt in den Knochen. Das bringt jetzt auch nicht zu viel an. Als Powertucker. What the fuck are you doing? Was passiert, wenn du jetzt hier verrecken? Schon neu. Ach so. Scheißspiel. Nee, das ist ganz lustig, nur ich finde das ist ein bisschen Kacke mit diesem ebenen Gedöns da. Ja, finde ich auch. Ist voll schwer anzutreffen. Guck da zum Beispiel, wie passiert das? Der Teddybär auf dem Rücken, finde ich, Hammer. Man kann sich richtig einschätzen, finde ich. Ja. Spring und... Ja, genau. Und nimm den Fisch doch. Hey, wie kannst du aufschlagen? Ja. Wenn man in der Luft ist, wenn man schlägt, dann bleibt er eine Weile lang oben halt. Jawoll schon, du hast es bald. Mach dann... Jetzt den Holz, 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 Holz. Den cheatest du eigentlich, weil du hast immer noch so viel Leben? Ja, wie... Ach so. Ich dachte. Wenn ich so verschwenderisch bin. Was hast du verschwenderisch? Meiner hat irgendwelche gar nicht gemerkt, wie... Ich hab gemeint. Naja, ihr auch nicht. Ich auch. Ja. Jawoll. Drecksviech. Also, du ziehst ihm aber viel. Übel, gell? Nein! Scheiße. Da, Bongi! Ey, Mann, Rom, ich will ein Tier haben. Ich hoffe nicht. Weil es aussieht wie eine Eule. So ein bisschen. Ach, das ist gar keine Eule. Ah, so ein Vogeläuel gedöhnt. So ein Zwischen. Vogeläuel. Ja, so ein Vogeläuel. Jetzt haben wir... Gleich hast du ihn, gleich hast du ihn, gleich hast du ihn, gleich hast du ihn. Doch doch, machst du Ende, machst du Ende, machst du Ende, machst du Ende. Schau doch! Verarschen, Alter. Du bist nicht verarschen. Wie lächerlich das ist. Was hat das... Jetzt tot ist es tot. Neee. Blöde Katze. So weit ungefähr waren wir. Oh, da ist der kleine Teddy. Ey, ihr habt wieder fast am Weißen, warum? Ich hab am Weißen. Ich hab am Weißen Geld und... Am Weißen. Nichts wie. Nee, Jeff. Tatsächlich. Wie soll denn mehr? Weil ein Cheater ist und lange überlebt hat. Das ist mehr Energie, aber auch so. Ach so. Du, ähm... Hhhhh. Wieso nimmst du Magie, machst du das hier? Ja? Natürlich. Du sagst, Magie wäre ohne zu. Hab ich gar nicht. Ach, was? Zeig? Nein, du Pfeife. Du Pfeife, hast du gehört? Du Pfeife, Alter. Ich weiß, wo dein Haus war. Wieso kann ich nicht mehr machen? Weil du nicht mehr hast. Weil du nicht mehr hast. Du zwei? Ja, vier. Ach, pro Level? Also mal vier, es gibt mal vier. Fünf, es gibt mal fünf. Oder was? Keine Ahnung, wer ich gesagt habe. Da ist der Sackzipfel, Mann. Wie alles auf Magie plötzlich macht, ey. Voll gecheatet. Er will nur nicht so sein wie hier. Oh. Ha, ich habe das ausgewählt. Das ist schon magisch, gell? Ach, ich lebe jetzt. Ich lebe jetzt. Ich höre das erste Vier aus. Du bist auf jeden Fall... Ja, wie geil, Alter. Gibt es eigentlich das auch auf Playstation? Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt es. Ich lebe jetzt das Xbox. Ähm, äh... Da war's dran. Vielleicht... Ja? Was kannst du denn? Guck mal, 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 guck mal. Ich rühre, guck mal, guck mal. Kannst du dich? Oh, weiß nicht! Jaa. Ich hab den Teddybären gesehen. Ich werf die mal weg. Warm hast du kassiert, Warm hast du kassiert. Was ist ein Boss? Du Dreckswitz. Du hast Dreckswitz. Hä, ich hab den Schnell drücken, wenn der mit dem Tornado auf dich zukommt. Ich hab den Schnell drückt, wenn der mit dem Tornado auf dich zukommt. Ich glaub, er muss Schnell drücken, wenn er mit dem Tornado auf dich zukommt. Ich hab den Konto. Wie geht der neue Schlag? Ey, wie geht denn euer Schlag? Ist es? Ich weiß nicht. Fies Kopf, Alter. Ich will den Schwulen schlagen. Ich check ihn. Glaube ich schon. Bei mir nimmt er halt den Hammer und haut auf den Boden damit. Hammer werden nicht spät und dann rennt ich mit. Ja, also wenn man lange genug rennt, dann wird man schneller. Wenn man dann irgendwie... Ah ja. Gibt es halt zu lange drücken. Dann macht er so einen Hechtsprung oder so einen Stechgebild. Ah ja, doch ist gar nicht so schlecht. So wie ein Red Steel Volli nachmachen. Red Steel 2, Mann. Das ist die leise Scheiße, Red Steel 2. Guck mal, wenn ihr nur wieder tot seid. Wir müssen da labern, Leute. Wir labern doch gerade. Ach so mehr, meinst du? Ja, über was sagen wir? So und was gibt es heute zum Essen? Äh, Tüppel Pizza, Spaghetti. Nein, oder? Spaghetti, ich hasse Spaghetti. Ich hab diesen Dinosauri, ja. Nee. Jawoll, ich hab das Dingens. Das knuffige Ding. Das muss ich machen, das muss ich machen. Belebt mich wieder! Belebt mich wieder! Warte, warte, warte. Er kommt zum Minispiel. Du bist eh tot. Ich bin eh gleich dauernd. Oh, ja. Mach die kurz mal. Ja, ne. Er sagt 7,5 was. Wir leben ist hier voll cool. Er muss mal so ein Minispiel machen, das ist voll Zeit auf. Wie kannst du so geiler? Tappen hier schlicht? Kurz hoch. Zauber. Zauber. Wie ist denn gut? Wie kommt da so ein Scheiß-Eistein? Bei dem kommt da irgendwie so geil. Wahrscheinlich weil der ganze Zeit nur noch weiter abgeräten ist. Also wenn ich mal die abgeräten bin, dann bin ich geiler. Oder was? Kann sein. Wenn du wiederbleibst, musst du mal aufs Herz hervorrufen. Ob mir mehr da geht. Je schlechter du triffst, desto weniger weg. Schuh! Schuh! Ey, ihr Fick! Hallo, du Ficker! Ey, ich glaub's nicht! Bärenbrüder! Oh, wie slack! Komm, was los? Was bringst du denn die Tüße hier? Äh, sie sehen lustig aus. Du kannst den Wasserschnitt erfunden. Du kannst den Wasserschnitt erfunden. Ah, ja? Ich will auch. Du kannst den Wasserschnitt erfunden. Ein schwerer Aufstieg. Wie wollen wir's mit Dance-Base 2 dann machen? Was soll anfangen? Sofern. Scheiße, sieht der dumm aus. Sofern verdammt. Ja. Weiter am wenigsten Grunderfahrung. Grunderfahrung. Das macht sie immer so, dass... Wie bei Portal, ich weiß nicht, wie ich ausgekannt hab, dass ich angefangen hab. Ach, meine, es läuft doch die... Ja, ich auch. Ja, ne Erfahrungspunkte kostet. Schleim! Ich muss die tü... Alter, meine... Sauber-Attacke-Dinges ist da voll Scheiße. Ich bin nervig. Meine kommt nicht mal so weit. Meine auch nicht. Nein, auch nicht. Aber Dinosaur ist, glaub ich, voll gut. Wenn ganz viele dich angreifen, brauchst du voll rein, glaub ich nicht. Hast du verreisen? Ja, nur verreisen. Das ist für die neue Farbe. Ich glaub nicht. Boah, ich bin müde. Was? Echt? Was? Das muss man mal machen. Deine Haare sind scheiße aus, weil sie bestylt. Er bestylt seine Haare, weil er Besuch kriegt. Weiß nicht, zu Hause. Dann zieht er sich extra so ein schicke, schwarzes Held an. Ich wär für's hier voll modebewusst. Er zieht dir sonst nie her. Oh fuck, überlebt mich noch. Nee, nie. Außer in der Schule. Ey, das ist so verkocht. Mach so, mach so, mach so. Was denn? Ganz schnell, zack, zack, zack. Äh, zu spät. Da gibt's kein Fasten. Da gibt's kein Fasten. Boss? Wie viele Bosse ich gekommen. Wie lang geht das Spiel allgemein? Nicht so lang, nur ein paar Stunden. Ich hab's da aufgespielt. Wo? Ah, der Scheiß. Ach man, ich brauch Hilfe. Hallo, Limbo hätten wir noch zocken können. Mann, ich will Dead Space machen. Scheiß auf Lebo. Nein, Limbo geht aber voll. Das machen wir ein anderes Mal. Ja, ne Stunde oder so vielleicht. Wieso denn? Was ich das jetzt nicht will, Mann. Das ist eigentlich nur ein Nebenprojekt, Mann. Wenn man jetzt gerade schon ein Nebenprojekt. Und Dead Space ist für dich ein richtiges Projekt? Ja. Erstmal, ähm, spielen wir das Zeugs an. Am Anfang haben wir aufgewärmt sind oder so. Was spielen wir am Anfang? Ja, die, äh, Nebenprojekte. Aber Limbo ist so viel cooler als Dead Space. Wie kann man sich bitte mit... Ne, aber sowas schon gar nicht. Wie kann man sich aufwärmen mit... Alter, wer hat ja 2000 pro Schlag gemacht? Ich glaub, das Ding ist da, ja. Ne, sind wir, die... Oh fuck, ich hab kein Leben. Die 16 Uhr. Auf Fickermode! So, hä? Ist ja die alle tot oder? Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin nicht mit der Einzige. Ja, du bist der Einzige. Was haben wir da schnell? Ja. Ah, du hast die erste von der Flieder raus. Sie sind schon wieder tot. Was bin ich... Nein! Tu ich's nicht! Leider musst du ein bisschen kurz ablehnen. Ich bin komplett tot. Wo bist du überhaupt? Kann man euch nicht genau belegen. Ach so, jetzt liegt das hinten halt. Ja. Ja. Die Sparen? Ja. Nein. Es ist nicht so gut wie war es. Man hat das blöde, man hat das auch wieder. Anfällt mir nicht. Die Hand sind so schlecht. Ja, ihr könnt das alles blocken. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso die Limbo nicht spielen willst. Mann, ich will spielen, aber ich will jetzt das mal Dead Space machen. Aber du hast doch schon durchgetan, dass du nicht... Mann, ey das ist so riesig! Ich hab es nochmal neu angefangen, ich wünschte, ich könnte es noch länger behalten. Das ist so genial, Mann. Ich mein, Zauberangriff ging ins Teil. Nein, ich bin down. Alle sind down. Warte, warte. Oh, fink, Mann. Kann doch ganz schnell drücken. Okay. Zack, 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 zack. Ey, du Scheiße. Jawohl, pangst du. Warte, geht's um mich?